herzlich willkommen zurück zu minecraft und da fiel mir gerade wieder was ein wir hatten doch einmal einen merkwürdigen traum gehabt da müssten wir es glaube ich jetzt alles dafür haben da habe ich drei dieser merkwürdigen gestalt ich habe sie zusammen mit altwas reston in einem schlüssel mit einem in einer schüssel mit einem feuerstein zermahlen muss unterschiedlich sein aber möchte ich sie recht ergaben sie das pulver und heute ist auf ein bücher egal dann habe ich jetzt ja ein feuerstein habe ich hier und diese schönen kristalle sind oben in der truhe die schnee werde werde ich nicht haben und wollen wir mal es sollte auch bitte richtig sortiert sein mal halbwegs lesen kann wovon man am meisten hat also ich nehme einen roten ein der grünen ein der blauen dann möchte ich die sammeln dann müssen wir halt nochmal nachschauen das ist es wahrscheinlich nicht nicht mal auch nicht ein mann die kristalle ich habe so lange man sie kriegt aber ich bekam denn als ich diese kristalle hier hatte hat eine schütze wie man mal ein rezept wollte ich wissen bretter aber es ist ein formloses rezept doch richtig gut brauchen wir nur noch ein bücherregal wo kriegen wir denn hat ja dann genug gedauert ich habe wirklich schüsse überlesen das totale wissen so geht auch keine werkbank ich werde sich vorlesen ich würde es nur durchlesen schließen Bis zum nächsten Mal. Das Fiode und Drohnenklumpen. Sand, Sand, Sand. Ne, stimmt, ich habe den ganzen Sand ja weggeschickt. Okay, das brauche ich. Ein davon, ein davon und ein davon. Schlüssel, Feuerstein, die drei Kristalle und ein Redstone. Dann habe ich es wieder. Und so habe ich nicht zufällig hier. Ton. Probieren wir überlegen. Sand, Sand, Sand. Und... ... 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